Ja, mein Leute, euer Vionix am Start und heute auch der Ota gleich. Wir wollen nochmal ein anderes Videoformat ausprobieren. Die Guides kommen gut bei euch an und deswegen machen wir heute einen kleinen Guide zu Richtung und zu ein paar Tipps und Tricks, die für mich manchmal selbstverständlich sind, die Spiele. Die aber, denke ich, gut auffallen, wenn ich dem Ota mal über die Schulter gucke. Deswegen kommt direkt im Anschluss zu diesem kurzen Vorwort jetzt gleich Gameplay, bei dem Ota spielt. Ich ihm aber über die Schulter gucke und so ein paar Kleinigkeiten erkläre. Thema des Guides heute soll sein Richtung, im englischen Direction. Also welche Karten sind alleine gesehen so stark, dass sie euch erlauben, daraus ein Bild zu bauen, beziehungsweise darum ein Bild zu bauen. Oder, andersrum gesagt, welche Karten sind nötig, um euch zu sagen, okay, das ist jetzt der Bild, den ich jetzt bauen werde. Denn oftmals neigen die Leute dazu, wenn sie im Early Game ein, zwei Karten von einer Klasse hatten, dann auf diese Richtung zu bleiben. Werden wir in dem Game jetzt gleich mit Ota auch sehen, dass er dazu neigt, dann zu sagen, oh, ich hab jetzt drei Stachel-Eber, ich bleib jetzt auf Stachel-Eber. Aber nein, versteift euch nicht darauf, guckt euch an, welche Klassen sind die besten. Kommt noch ein Folge-Guide zu, wie ihr identifiziert, welche Klasse aktuell in der Lobby die beste ist. Aber jetzt möchte ich ganz schnell mit euch über die Richtungen sprechen. Bei Wildtieren ist die Richtung ganz klar, Leapfroger war es mal, ist es nicht mehr. Es gibt noch den Einzelfall, trefft ihr einen Goldenen Baron, eine Sewer-Red oder ein Red-Pack plus einen Frogger oder so, kann man den Bild durchaus noch spielen. Aber er ist nicht mehr so stark, dass er super prominent ist. Aber das Tempo der 5-Drops, also Mama Bear, Croc und Baby Crush ist aktuell so stark, dass es mit die stärksten 5-Drops sind. Heißt, wenn Beasts in der Lobby sind, kann man durchaus gut in 5-Drops trippeln. Wie lange das ausreicht aber, das Tempo, dann ist wieder ne andere Frage. Es reicht oftmals für ne Top-4-Platzierung. Aber die eigentliche Richtung, die man haben möchte, um definitiv langfristig in Beast reinzugehen, ist natürlich Goldrin. Und dann Kombination mit dem Ara plus Baron natürlich, man kennt es. Gascoiler als andere 6er-Unit ist definitiv nicht genug Richtung. Kann eher mal als Tech-Piece am Ende gespielt werden, um dann doch nochmal einen Sieg zuerst kämen. Drachen, ja, Drachen haben auch nicht viel Richtung. In meinen Streams ist Kaligos inzwischen ein Meme. Ich sag immer, er ist zu langsam. Und ich glaub, es ist leider auch so. Kaligos, man braucht schon irgendwie ein Doppel-Kaligos, um das ans Funktionieren zu bekommen. Deswegen ist das Einzige, was wirklich spielbar ist mit Drachen, aktuell eher Midrange. Bedeutet die Kombo aus Promo-Drake und Terragossa. Elemental, auch aktuell ne schwierige Klasse, weil sie ein Stück zu langsam sind. Man kann im Midgame mit Major-Domu ein bisschen scalen. Wenn das Setup mit Reborn und Deathrackle da ist, kann man auch ein Light-Swan ein bisschen spielen. Aber eigentlich zu langsam. Ein ganz früher Nomi, schwierig, weil die Buffs halt im Shop sind und man die erst verspätet bekommt. Und Lil Ragnaros ist auch zu langsam im Scaling. Also eigentlich ist das Einzige, was man machen kann, ein früher Major-Domu oder ein ganz, ganz früher Nomi. Aber auch das schwierig. Murlocs haben sehr wenig Richtungen. Murlocs sind dann besonders gut, wenn die anderen Klassen einfach nur Stats haben und keine Divine-Shields oder so. Dann sind Murlocs natürlich besonders gut. Die haben relativ frühe Early-Game-Bugs. Was man aber als Richtung haben möchte, definitiv, Tavern 5 Bran. Bran ist auch noch wichtiger als SI7. Ihr braucht kein Gift unbedingt auf Murlocs, wenn ihr früh anfängt zu scalen, weil die dann stat-technisch super groß werden. Daher Bran ist die Nummer 1-Richtung bei Murlocs. Klar ist SI7 trotzdem Richtung nachhinein, weil man dann weniger Scaling braucht, weil man mit Poison ja trotzdem alles traden kann. Und Amalgam ist ein super Murloc an der Stelle, weil man später zu jeder Zeit noch zusätzlich eine Manted Queen mit in dem Bild aufnehmen kann. Demons haben gar nicht viel Richtung. Bei Demons ist, glaube ich, die Nummer 1-Richtung einfach Fail-Bad finden. Eine frühe Fail-Bad und wenn es eine Klasse ist ohne Poison, dann gerne auch einen Trickster scalen. Dann kann das funktionieren. Ansonsten sind Demons reines Stat-Monster. Das kann funktionieren, ist aber davon abhängig, wie die Lobby aussieht, also welche Klassen drin sind. Piraten haben zwei unterschiedliche Arten zu spielen. Da ist auf der einen Seite, wenn man einen frühen Salty Looter findet, super, dann sucht man natürlich Peggy und im Optimalfall zwei Hogger, drei Hogger, vier Hogger und kann dann in ein APM-Bild gehen und übers Kaufen von mehreren Piraten die Runde irgendwann unendlich viel Gold produzieren und ein APM-Bild klassisch spielen. Tony ist an der Stelle keine richtungsweisende Unit, sondern eher eine Unit, die man haben möchte, wenn man schon Piraten hat, weil es super ist, diese Piraten dann Gold zu machen. Und das gleiche gilt natürlich auch, wenn man eher in eine 6er-Unit trippelt und dort eine Eliza findet. Eliza an sich sehr, sehr, sehr stark. Sofort Tempo. Dann sucht man natürlich die Kombi aus Scaliwag, Baron und Katka, um ein Exodia-Wild daraus zu bauen. So, kommen wir zu den Klassen, die dann doch öfters präsent sind aktuell. Das ist natürlich Stachel-Eber. Die haben sehr viel Flexibilität, muss man sagen. Die 6er-Units sind natürlich sehr richtungsweisend. Ein früher Charlie, eine frühe Darkgaze Elder. Sehr, sehr gut. Immer in Kombination mit Agamagem, diesem Schwein, was die Value der Gems verdoppelt. Sehr, sehr gut. Wenn man rein auf Stachel-Eber geht, kann man dann ein Dynamic Duo dazustellen, weil das sehr, sehr stark scaled dann. Ist aber alleine keine richtungsweisende Unit. Ihr wollt dann schon eher was haben, was viele Bloodjumps verteilt, bevor ihr euch für Dynamic Duo entscheidet. Alternativ, wenn ihr in einen gemischten Bild spielt, also in Menagerie-Richtung geht, dann ist natürlich Agam der richtige Pick. Findet ihr nicht Charlie oder Darkgaze Elder als die Unit, die euch Bloodjumps generiert, ist aktuell der Gem-Splitter, der Tavern-3-Unit sogar eine richtungsweisende Unit, wenn ihr viele Divine-Sheet-Units findet. Es gibt genug, deswegen ist das definitiv eine Option. Und da ist natürlich der beste Bild, natürlich einen Agam zu haben mit dem Gem-Splitter und vielen Divine-Sheet-Units und die zu buffen, also Divine-Sheet-Managerie zu spielen. Wenn man das nicht findet, was natürlich auch schwierig ist teilweise, dann ist der Groundshaker eher so ein Backup, um die Attack auf den Divine-Sheet-Units hochzuballern und damit zu stabilisen. Also definitiv Groundshaker, Gem-Splitter eine Option, die mit Divine-Sheets auch gut funktioniert. Die neueste Klasse, Naga, hat zweierlei Richtungen. Es gibt so ein bisschen Mid-Range-Scaling. Wenn ihr ein paar Naga habt, die euch Spells geben, funktioniert Critter-Wrangler sehr gut, speziell entweder auf einer Divine-Sheet-Units oder noch besser auf einem Cleave. Eine Hydra oder einen Faux-Reaper, den ihr mit Critter-Wrangler hochstackt, weil ja der Plus-2, Plus-2-Buff immer durch Critter-Wrangler für jeden Spell kommt. Sehr, sehr stark. Dann noch, keine Ahnung, Divine-Sheets-Wing-View auf den Cleave draufhauen. Damit kann man schon mit einer einzigen Unit sich gut in die Top-3 hocharbeiten. Und dann natürlich die Tavern-6-Unit Orgozoa, wenn ihr noch genug HP habt und euch das leisten könnt, über den den Build zu suchen. Ansonsten, Atissa-Scaling funktioniert nach wie vor. Aber besonders gut in Lobbys sind natürlich, wo Stache-Eber auch drin sind, weil die Gems auch zählen als Spells. Ja, und kommen wir zu der dominantesten Klasse im Meta aktuell. Es sind die Mechs und da ist die Klasse, ist die Richtung, das fängt ganz früh an mit Deflectobot, dann eine Mackerel, die sind sehr, sehr gut. Und wenn ihr dann in 6 Minuten trippelt, wollt ihr eigentlich immer Grease-Bot oder Omega-Buster haben. Ich hab euch einen Mech-Guide letztens schon gemacht, guckt da gerne wieder rein. Aber klar, Omega-Buster plus Kangor Baron ist der Build oder halt Grease-Bot plus Divine Sheets ist der Build. Das sind die Richtungen und jetzt jumpen wir ins Gameplay mit Ota und da hab ich nochmal ein paar Tricks und kleine Tipps im Gameplay an sich, die nicht nur um Richtung gehen. Ich hoffe, da könnt ihr noch was mitnehmen für euer Gameplay. Heute Abend ist Ota natürlich auch im Stream. Da braucht er euch, weil ich dann nicht da bin, also könnt ihr ihm über die Schulter gucken und ihm im Chat ein bisschen helfen. Ab 19 Uhr live auf Twitch, Link auch in der Videobeschreibung und ab geht's ins Gameplay. Und ich würde hier tatsächlich, glaube ich, Geomancer nehmen, im ersten Buy. Really? Ich finde, Geomancer ist die stärkste, ja. Ich würde entweder Trickster oder ich würde für den Double-Buy Sunbacon nehmen. Sunbacon könnte ich auch. Nimm mal Sunbacon. Also das ist auch, an der Stelle, glaube ich, könnte man das schon als den ersten Tipp nehmen. Turn 1, es gibt nichts, was wichtiger ist, als ein Token zu finden. Und ich würde Sunbacon im weitesten Sinne als Token nehmen. Es ist die schlechteste Unit gerade aus dem Shop gewesen, aber du hast den großen Vorteil, dass du Next Turn, also Turn 3, verkaufen kannst. Du verlierst nicht so viele Stats, weil du die in Form von Bloodjams wiederbekommst und du hast dann den Vorteil, dass du, ähm, wie heißt's, dass du, ähm, zwei Units kaufen kannst. So, jetzt ist natürlich die Frage, welche, kaufst du hier oder levelst du, weil du musst jetzt natürlich überlegen immer, welche Level-Curve passt zum Hero. Ich meine, das Level-Curve-Video hatten wir schon, deswegen, ähm, können wir das vorwegnehmen. Ich würde hier kaufen und, ähm, wahrscheinlich freezen. Ähm, ja, du spielst mit Reno auf jeden Fall auf Pairs. Ähm, normalerweise hätte man jetzt natürlich die Option zu rollen und nach dem Pair zu suchen, da du das Pair aber schon angezeigt bekommst, brauchst du das natürlich nicht. Verschwendet. So, du kriegst sogar ein Unentschieden, das ist super für dich. Okay, so, aber um nochmal zu dem Thema zu kommen, ähm, ja, Quillboss und Pirates würde ich hier, glaub ich, als E-S angehen. Ähm, genau, fragt euch das am Anfang, ähm, was ist die Richtung, in die ihr gehen wollt, so, ne, damit ihr wisst, trippelt ihr in 5-Drops oder trippelt ihr in 6-Drops? Ähm. Geht ihr den Scalework auf jeden Fall mitnehmen, weil es das Pair ist? Definitiv. Dann den Sunbacon verkaufen, um den Rockputzern, weil er mehr Tempo als der Wrathrever ist? Ähm, ja, würde ich auch machen. Also es macht nicht so viel Sinn, jetzt noch auf Wrathrever zu gehen, ohne zu sehen, was da eventuell noch ist. Man kann sich überlegen, ob man Bloodchamps verteilt. Ich halte die für gewöhnlich immer erst ein bisschen. Du hältst die ein bisschen, okay. Das macht dich natürlich erstmal schwächer vom Tempo, aber es macht natürlich Sinn, man möchte natürlich gucken, ob man eine Unit findet, die besonders stark ist. So, du hast gesagt, Stachel-Eber und Piraten gehen gut, jetzt musst du dir überlegen, Macs sind nicht drin. Hm? Das heißt, es gibt weniger Divine Sheets im Game. Ähm, allgemein sind alle Klassen relativ ausgeglichen aktuell, ähm, aber Macs sind nicht drin, das bedeutet, jetzt hast du speziell Demons, Elemental, Piraten und Stachel-Eber sind die vier Klassen, die extrem große Stats produzieren und Murlocs countern das mit Poison einfach. Das heißt, wahrscheinlich ist Murlocs gar nicht mal so schlecht, weil es gegen alle anderen vier Klassen gut funktioniert. Mhm. Ähm, du kriegst den Triple, deswegen spielst du ja Warrior Curved, äh, du willst den aber natürlich jetzt noch nicht haben. Da auch ein wichtiger Tipp, äh, verzögert eure Triples, ähm, nehmt die nicht zu früh. Äh, ich würde hier ein Double-Buy machen und den Scaliwake weiterfreezen. Also ich würde auch Salimental und Swarmstriker hier gekauft. Ja. Und dann gucken wir gleich, dass wir hochgehen und dann erst den Triple nehmen. Korrekt. So, jetzt, die Frage ist natürlich, Reno ist vom Spielstil halt so, dass er einen guten Five- oder Six-Drop haben will und den Golden macht und dann das Tempo nutzt, um das ganze Game, um diese goldene Unit rumzubauen, ne? Ähm, jetzt haben wir Elemental, Murlocs und Piraten, die haben alle einen Five-Drop, der okay wäre. Oh, wow. Das ist zum Beispiel, der Kollege hat, warum, wo ist der Three-Drop, den er discoveren konnte, ist die Frage. Weißt du, der hat den Triple zu früh genommen und in den Three-Drop getrippelt, hat den, äh, Three-Drop aber gar nicht auf dem Board. Das ist mega komisch, was der Kollege macht. Wir dagegen verzögern unseren Triple, ähm, und holen uns dann eine viel stärkere Unit nachher raus. So, Warrior Curve haben wir im Level-Video ja gelernt, ist jetzt Double-Level. Mhm. Das heißt, einmal hier. Du musst eine Unit verkaufen, dafür hast du ja super das Token gekauft. Elemental. Genau. Zweites mal Leveln, Freezen. Warrior Curve, die Strategie dahinter ist, lange auf Eins zu bleiben, um dadurch einen kleineren Minion Pool zu haben, leichter Triple zu finden dadurch, und dann schnell zu Leveln und einen Five- oder Six-Drop zu discovern. Und genau das machen wir ja. Also das ist gerade Bilderbuch für Warrior Curve eigentlich. Ne, die anderen haben hier Hardcore auf Tempo gespielt. Das ist nicht so schlimm, weil im Early-Game kriegt man ja nicht so viel Schaden. Ähm. Man hätte vielleicht sich überlegen können, die Blood-Gems früh zu nutzen, um weniger Schaden zu kriegen, aber sagen wir mal ganz ehrlich, das Ding verlieren wir hier so deutlich, das ist nicht wirklich wichtig. Ich habe plötzlich so Leveln ganz klassisch und Freezen weiter. Korrekt. Ich meine, du könntest jetzt natürlich auch hingehen und sagen, ich verkaufe die zwei Murlocs da, oder Salimental und einen Murloc und nimm den Triple jetzt schon und discovern, Five-Drop. Dann würde ich sagen, machen wir das doch. Weil das ermöglicht dir, nächst du Runde halt Four-Drops zu sehen, weil du in den Shop nicht freest. So, dann... Spielen, discovern. Dann discovern wir. Und es ist zu 100% Bran, ja. Wichtig ist zu erkennen, welche Units richtungsweisend sind bei den Discovern. Ich glaube, du kannst den Bran schon golden machen und da Gems draufhauen. Den wirst du definitiv behalten. Du machst den jetzt schon golden, um halt die Stats zu haben, um nicht zu viel Schaden zu kriegen. Positioning natürlich und dann... Gucken wir mal. Achso, ich sehe gerade, du hast den Salimental behalten und meinen Murlocs verkauft, weil ich das gesagt hatte. Ich hätte wahrscheinlich einen der Murlocs behalten, weil das natürlich technisch gesehen richtungsweisender wäre, wenn man versucht, auf einen Bran oder sowas zu gehen. So, jetzt kriegen wir hier noch einmal Schaden. Jetzt heißt es natürlich, so gut wie es geht, Tempo aufbauen. Den zum Beispiel da. Reef Explorer. Finde ich eine sehr gute Unit. Das ist, der ist quasi umsonst, ne? Du kriegst zwei weitere Units. Hm, ja, aber du hast noch keine anderen Murlocs, dann lieber die beste Unit. Das wäre in dem Fall wahrscheinlich der Bonker erstmal, weil der alleine auch funktioniert. Den Hornschuh kannst du nehmen. Und dann würde ich noch den Murloc aus dem Shop nehmen. Beide? Ne. Einmal rollen wahrscheinlich? Ja. So, spielst du Hornschuh, dann Nightmare. Du verkaufst Salimental, rollst noch einmal. Okay, du verkaufst Reef Explorer. Verkaufst den Tett. Spielst und verkaufst den auch noch. Cool. Ja, ja, muss jetzt aber schnell sein. Let's go. Zwölfin? Zwölfin, let's go. Rockpool würde ich hier nehmen. Ne, Swamp Striker. Ah, true. Let's go. Und Navigator. Ja. Swamp Striker spielen. Zwölfin spielen. Scaly verkaufen. Die beiden Navigator durchrollen. Einmal noch rollen. Ah, freeze. Schaffst du zeitlich nicht mehr, oder? Doch, schaffst du noch. Sehr gut, sehr gut. So, das ist jetzt das Ding. Goldener Brand mit Murlocs kann in APM ausarten. Das sehe ich nicht. Ne? Aber ja, gut gespielt und du hast eine One-Turn-Murloc-Transition gespielt, nur weil du nun das Risiko eingegangen bist, in Murlocs reinzugehen. Und du siehst, von jetzt auf gleich hast du ein riesen Board. Das ist halt die Stärke der Warrior Curve. Man kriegt ein bisschen Schaden und dann switcht man nochmal um. Will man den Amalgam über den anderen Murlocs? Wenn man überlegt, wie viele Stats die schon haben, würde ich fast Nein sagen. Das heißt, du suchst jetzt eigentlich nur weitere Lookouts und die Murloc Buffs. Und irgendwann, wenn du einen Triple kriegst, suchst du natürlich einen SI-7. Aber du brauchst kein Gold für Leveln. Erstmal weiterhin auf... Ne, du brauchst es ja nicht. Du wirst den Seven schon irgendwann finden. Swamp kann man mitnehmen. Swamp? Kann man aber trotzdem mitnehmen, den Amalgam auch für eine Chance auf den Triple. Verkaufst du den Navigator und den Bonker. Nimmst den Amalgam mit und endest einfach auf dem Swalfin und hältst die anderen beiden auf der Hand. Positioning, genau. Genau, Positioning. Für alle Leute, wo das noch kein Begriff ist. Man sortiert immer klassisch Heist Attack ganz vorne, damit man mit denen zuerst angreift. Weil die sehr wahrscheinlich ihren Trade gewinnen und die Unit töten. Und dann die kleine Attack nach hinten abfallend. Weil kleine Attacks sonst das Risiko haben, dass sie eine Einheit angreifen. Die Einheit aber beim Gegner überlebt. Und einen sogenannten Value Trade macht. Das heißt, die Einheit konnte ihren Schaden machen und lebt weiter und kann das nochmal machen. Deswegen sortiert man groß nach klein. Dann gibt es natürlich noch weitere Ausnahmen, wie ein Leeroy oder eine Poison Unit möchte man vielleicht weit vorne stehen haben. Man möchte vielleicht einen Bumper spielen. Bedeutet, wenn die Gegner sicher Divine Shields haben. Das ist meistens, wenn man gegen Max spielt oder den Gegner schon kennt. Dass man hingeht und eine kleine Unit nach vorne stellt, damit die das Divine Shield erstmal auslöst. So, du bist auf einmal so stark, dass du hier einfach 15er Schellen verteilst. Und du musst dir jetzt schon Gedanken machen, was wird dein Flex-Spot. Weil du musst einen Murloc gehen lassen. Vermutlich der Lookout, oder? Ja. So habe ich es bisher immer gespielt. Roll einmal vorher. Bei beliebter Fehler ist jetzt schon zu verkaufen den Flex-Spot und das Gold zu verlieren. Lookout weg. Vorteil ist, der Lookout ist jetzt wieder im Pool und man kann ihn wiederfinden. Das möchte man ja. So, Navigators. Beide Navigators mitnehmen? Ja. Dann einmal rollen. Mhm. Würde Swarm Striker nicht mitnehmen? Ja, das ist eine Chance auf einen Triple. Braucht man aber nicht. Kann es ruhig rollen, ja. Da ist der Triple Swole Finn. Mhm. Dann spiel doch erstmal einen. Einen Navigator würde ich jetzt spielen. Und dann... Ja, spiel es einfach mal so runter. Wenn du einen Fehler machst, sage ich Bescheid. Aber allgemein spielst du es eigentlich ganz gut runter gerade. So. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Nightmare Amalgam spielen. Genau, weil ich möchte ja trotzdem jetzt noch... Oder Hornshow kann man beides. Der Hornshow gibt, ähm... Du kannst ruhig den Hornshow spielen. Spiel mit den Hornshow stattdessen. Das ist mehr Stats. So, dann spielen wir ihn jetzt. Nein. Nein, 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 nein. Ja. Ja, können wir die Mathematik machen wir jetzt gleich. Spiel den ja erst. Und jetzt Swole Finn. Swole Finn für maximale Buffs. Dann discovern wir... Ein King Begurgle. Save. Den kannst du auch noch spielen, ja. Helfen. Spielen den... Rollen jetzt noch einmal. Genau. Brauchen wir nicht so. Den King Begurgle kann man nach vorne stellen zum Beispiel. Das ist eine Ausnahme von dieser Attack Order. Sachen, wo man möchte, dass sie früh sterben. Das sind im Early Game hier Spawn of Northorse, der den Buff gibt. Oder eine Irel, die er angreifen soll, um ihren Effekt zu geben. Die stellt man natürlich nach vorne. So, die Leute wundern sich, wo deine Stats herkommen auf einmal. Ist schon sehr stark, was du da stehen hast. Ja. Das ist halt das Ding. Mit Reno findet... Findet, äh... Guckt, dass ihr eine Unit findet, die euch eine Richtung gibt. Und geht voll rein. Und let's go. APMs. King Begurgle weg. Einmal rollen. Und Lookout spielen. Navigator. Navigator oder die HP. Triple. Und Honsho für den Triple. Nimm mit. Dann würde ich jetzt erst gucken, ob du Se7en findest über die Triple. Äh, erst Honsho. Mhm. Gut, gut, gut. Bei der Order immer... McGurgle. Mhm. Dann Immersion. Ja, come on. Da ist nichts bei für uns. Ist irrelevant. Du kannst den Battlemaster mitnehmen. Aber ich wollte Hogger nehmen. Ja, Hogger ist irrelevant. Dann roll einmal kurz. Verkaufst du schon mal den Lookout, den wirst du ja nicht weiterspielen. So, und dann würde ich jetzt nochmal rollen. Ja? Such mal nach nützlichen Sachen. Ich such jetzt wirklich einfach nach mehr Profen. Kann man machen, ja. Ähm. Moment. Ich muss den Hogger erstmal raushauen. Ja, spiel mal den Navigator first. Jetzt Swolfin. Jetzt Navigator raus. King with Gurgle. Und dann den zweiten, äh, Swolfin follow. Korrekt. Und jetzt kannst du noch rollen, ob du noch irgendwas findest. Hm, dafür würde ich nicht freezen. Ja. Jetzt bist du inzwischen so groß, dass man sich überlegen kann, ob es sich lohnt, ähm, zu leveln. Aber du bist halt ein Monster. Ja, also dieser goldene Swolfin nach vorne, muss ich sagen. Ja, also definitiv ein Tipp ist, warum ging das dann nachher so gut, obwohl, äh, Ota so viele Aktionen pro Zeit machen musste. Ja, er hatte Hilfe und wir haben uns aber vorher schon Gedanken darüber gemacht, welche Units man denn haben will und welche Units vielleicht, äh, Richtung gibt. Das heißt, fangt an, in Turn 1, 2, wenn ihr Zeit habt, euch mal anzugucken, welche Klassen es gibt und, ähm, dann zu schauen, welche Five- und Six-Stops sind eventuell gut. Ich würde tatsächlich, auch wenn es alles Murlocs sind, keinen davon nehmen, weil mir keiner davon wirklich hilft, mein Board. Über Tett könnte man diskutieren, muss man aber hier definitiv nicht. Spiel einfach mal weiter. Ich würde einfach leveln und jetzt wahrscheinlich rollen für einen Sifin. Ja. Ja, die beiden sind schon sehr gut. Ähm, ja, also den Begurgle nehmen wir auf jeden Fall. Ne, den anderen nimmst du auch mit. Nimmst du beide mit? Ja. Achte auf deine Order. Mhmm. Oder? Ja, jetzt haben wir einen Order-Error. Spiel es mal durch. Äh, du trennst dich wahrscheinlich am ehesten von dem, äh, kleinen Swolfin. Dann kommt der. Ah, ja, okay. Ich verstehe, was du meinst. Weil der Begurgle theoretisch im Endboard besser ist als der Code. Genau. Wenn es vom Gold her, überlegt euch in dem Zug, wie es vom Gold her hinkommt. Und, äh, Ota hatte vier Gold. Er musste eine Unit sowieso verkaufen. Bedeutet fünf Gold. Fünf Gold reichen nicht, um zwei Units zu verkaufen. Bedeutet, eine von den zwei Units, die er kauft, muss er wieder verkaufen. Und endet dann auf der letzten Unit. Deswegen wäre es besser gewesen, ähm, erst Cold Light Zier und dann den King Begurgle zu kaufen, um den King Begurgle am Ende auf dem Feld zu haben. Weil der natürlich mit dem Todesröcheln noch einen zusätzlichen Effekt hat und auch bessere Stats. Jetzt würde ich immer empfehlen, schaut euch das Infobot an. Entweder ihr nutzt den Deck Tracker, dann habt ihr natürlich den Zusatz, dass ihr die alten Bots der Gegner nochmal seht. Oder ihr könnt halt im Infobot gucken, welche Klassen hat derjenige. Und wenn da jetzt Max stehen würde, oder ihr wisst, er hat viele Divine Shields, würdet ihr den Bran oder den Cold Light Zier halt nach vorne stellen, um einen Divine Shield zu bampen. Schützerfarm. Du killst halt jetzt alle, sind wir ganz ehrlich. Keiner von den Kollegen hier hat verstanden, wie Powerspike da funktioniert. Du zerlegst einfach nur. So. Wenn man den so kriegt, nimmt man natürlich mit, ne? Plus 3 auf das ganze Board ist einfach nur saustark. So. Noch ein King. Grimmel. Irrelevant. Nichtsweil. Auch irrelevant. Dann enden wir auf King Begurgle, most likely. Ja. Aber wir können rollen und gucken, ob wir bestre Union. Genau. Also Ted kann man immer darüber diskutieren bei Murlocs, ob der Sinn macht oder nicht, weil man den ja verkauft und einen anderen random Murloc bekommt. Das heißt, man kommt günstig an Murlocs. Aber ich würde jetzt nicht dafür King Begurgle verkaufen. Da sind die Rolls doch mehr wert, weil man gute Murlocs finden kann. Ne, ist es leider nicht. Davon würde ich jetzt auch nichts nehmen. Das Schöne ist, du bist der Erste, der mit Scaling angefangen hat. Das heißt, selbst wenn ihr jemand hier ein Fellbad findet, ein ganz früh Nomi findet oder ein volles Stachel-Eber-Setup, wird keiner so schnell scalen wie du. Um eventuell den Spike zu retten. Das ist halt eine große Komponente dieses Games. Oh, die Mantid Queen tut natürlich weh. Oh, die Mantid Queen tut sehr weh. Aber du solltest es trotzdem gewinnen. Beide Units können den großen traden und gegen alles andere machen die einen Value-Trade. Der ist der einzige, der nicht so klein ist. Die Mantid Queen war natürlich böse. Ja, guck mal, Reef Explorer nimmt man immer mit. Das kommt natürlich mit der Zeit, dass ihr auf den ersten Blick sofort seht im Shop, ob ihr diese Units braucht oder nicht. Das ist einfach nur Übung. Da ist man mal schneller, mal langsamer. Ja, nimm die noch ruhig mit. Die meisten Leute haben keinen Poison. Wenn die Leute kein Gift haben, lohnen sich HP. Salimental ist am meisten Money gewesen. Ah, ist egal. Sunbacon, ja. Ja, kann man auch machen. Gold. Ja, Gold, Gold, Gold. Gib Gas. Du hast jetzt nochmal richtig viel Gold. Den Leeroy kann man, den Leeroy hätte man freezen können. Es gibt irgendwann den Punkt, in dem du nicht weiter scalest. Und dann brauchst du Einheiten, die deine Utility-Einheiten, wie jetzt in dem Fall den Bran oder deinen Flex-Spot irgendwann ersetzen und auch gut sind. Und da ist ein Leeroy oder eine Mantid Queen, sind halt so Premium-Units, die am Ende entscheiden, ob dieser Board-Slot einen guten Trade macht oder nicht. Und deswegen ist ein Leeroy oftmals, gerade im Finale, wenn du weißt, das ist der letzte Fight, würde ich zum Beispiel den goldenen Brand verkaufen und einen Leeroy reintaggen. Wahrscheinlich kannst du dir das sogar leisten, den goldenen Brand bis zum Ende durch zu behalten. Aber nur für die Leute, damit die verstehen. Wenn es gegen Ende geht des Games, guckt, ob Leeroy oder Mantid vielleicht eine gute Option ist, um was auszutauschen auf dem Board. Macht das aber erst, wenn ihr wisst, dass ihr nicht weiter scalen müsst oder könnt. Weil einmal goldenen Brand weg, den kriegst ihr halt nicht so schnell wieder. Würdest du hier einen Rockpool mitnehmen? Nein, Rockpool-Buff ist es nicht mehr wert. Honscho ist es nicht wert. Das macht alles nicht so viel. Verteilfe nehmen wir aber mit. Ja. Boah, auf Ende bin ich jetzt gleich dann. Ich würde sagen, du endest auf dem Prisoner. Warum im Prisoner? Weil das Taunt ist. Und du so zum Beispiel... So, spiel den mal nach ganz hinten. Und dann spielst du den Brand nach ganz vorne. Im Late Game wird das Positioning immer wichtiger. Und dann ist es auch mal okay, auf sowas wie einem Prisoner zu enden. Weil, wenn der Gegner jetzt vorne einen Leeroy hat, hittet der Leeroy in euren Taunt und stirbt gegen eine kleine Kack-Unit. Super. GG. Hat der Gegner vorne einen Crackling-Cycler mit einem dicken Divine-Schild? Verliert er zumindest schon mal sein Divine-Schild in diesem kleinen Taunt? Hat der Gegner vorne... Hat der Gegner einen Cleave? Wollt ihr einen Taunt, um den Cleave an den Rand zu setzen? Damit er nicht drei Units hittet, sondern maximal zwei? Hat der Gegner... Was hatten wir? Mantid, Leeroy, Cleave, Divine-Schild. Genau. Mantid genauso. Mantid kriegt potenziell einen Divine-Schild und würde ihr Divine-Schild in dem Taunt verlieren quasi. Deswegen macht es oftmals Sinn, im Late Game irgendeinen Taunt nochmal mitzunehmen. Und aus dem gleichen Grund stellen wir jetzt den Bran als kleinste Unit nach vorne, weil der potenziell in ein gegnerisches Divine-Schild angreift. Im Late Game wird Positioning dann nochmal echt wichtig. So, der Gegner hier aus Verzweiflung spielt dann Sepp, weil er überhaupt keinen Plan hat. Ich glaube, es spielt ja keiner eine Baron-Kombo, oder? Es gibt keine Beasts und keine Mechs. Also gibt es keinen Kombo-Build. Ja doch, es gäbe Eliza, aber es spielt ja keiner Pirates, das sieht er ja. Also machte der Sepp da wirklich wenig Sinn. Und das sieht man dann in dem Ausgang des Fights natürlich. Das ist oftmals die Verlockung. Und wenn man eine Sechser-Unit findet, eine Sechser-Unit muss ja gut sein, sonst wäre sie ja nicht. Ja, ich meine, man weiß nicht, was er vorher hatte. Vielleicht war das wirklich einfach die beste Unit, die er dann nehmen konnte. Aber sieht man jetzt nicht unbedingt. So, wir wissen, die hat dicke Stats. Da, komm, geh ab! Code-Light-Action? Ja. Ja. Zur Not enden wir auf dem Swole-Fin. Weiter, Rollen, Rollen verkaufen. Actions, Actions, Actions. Äh, den kannst du mitnehmen, den Mag. Den Mag und den Tevin-Tapest auch, der ist plus Gold. Mit einem goldenen Brand gibt er dir ja drei Units. Bedeutet, du kannst drei Units verkaufen plus ihn selber. Da ist nichts bei. Äh, erst einmal, erst einmal spielen. Ja, erst einmal spielen, damit ihr den Buff schon mal bekommt, weil wenn ihr trippelt, fusionieren die ja. Und jetzt hat er nur den goldenen Buff bekommen. Er hätte aber einmal den Kampfschrei mehr kriegen können. Manted Queen, definitiv. Das ist eine dieser Units, die man am Ende austauschen will. Ähm, Swole-Fin verkaufen. Nimm nochmal das Gold mit vom Tavern. Einmal rollen. Und dann würde ich den Leeroy mir noch gönnen. Und dann verkaufst du Bran. Und gehst mit Leeroy und Manted Queen. So. Ähm, Manted Queen kriegt ja pro Klasse, die ihr auf dem Board habt, einen Adapt. Und an der Stelle ist ein guter Tipp, wenn ihr eine Möglichkeit habt, einen Amalgam in ein Bild mit zu integrieren. Das funktioniert ja in jedem Bild. Nehmt den mit, weil wenn das jetzt nur ein anderer Merlock wäre, hätte die Manted Queen nur für die Merlock-Klasse einen Adapt bekommen. So zählt der Amalgam, zwar während ihr das baut, als Merlock oder was auch immer. Aber wenn ihr eine Manted Queen nutzt, als was anderes. Und das macht es halt saustark. Und ja, Ota, du zerstörst ihn komplett. Ich glaub, das war ein sehr interessantes Game. Wir hatten ein paar Kleinigkeiten. Aber sehr solide runtergespielt. Von daher, ähm, hoffen wir sehr, dass das Game euch Spaß gemacht hat. Wenn das so ist, lasst doch gern ein Abo da. Glocke, Like nicht vergessen. Und wir wünschen euch eine geile Zeit. Wir sind raus. Ciao. 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 Vielen Dank.